Was geht ab, Leute? Eure Schiefer meldet sich zurück zum Dienst. Und zwar habe ich nur eine Frage an euch. Macht euch Fortnite aktuell noch Spaß? Ja, ich weiß, es sind auch nur noch hier diese Tage. Sechs Tage für dann dieses Live-Event. Aber mir macht Fortnite aktuell keinen Spaß. Da, ich, ja, weil es kommen keine neuen Updates rein in Fortnite. Dann, dann noch, es wird nichts aktualisiert. Es kommen keine neuen LTNs. Was gibt es noch? Ja, es gibt kein Update, wie gesagt. Das ist einfach das Traurige. Das ist überhaupt kein, ähm, kein Update gibt oder keine neuen Spielmodis. Außer die hier. Operation Landung, Operation Knackert und Party Royale. Ja, schon alles schön und gut, aber ich vermisse halt die ganzen RTMs, wie zum Beispiel. Und eher Royale oder Pa-, oder, äh, Disco-Dominance. Ihr habt jetzt irgendwann eine Abstimmung eingeblendet, wo es steht. Habt ihr noch Spaß im Fortnite? Ich sollte jetzt heute mal die Abstimmung noch nutzen, da morgen die Abstimmung-Funktion, sag ich mal, dann weg ist. Ja, die ist dann weg. Ähm, die wird dann entfernt, weil nicht mehr so viele das benutzen. Deswegen, ähm, deswegen, ähm, deswegen, bleibst du auf jeden Fall still und überlegen, was ich als nächstes sagen soll. Ähm, das ist halt einfach das Traurige, ähm, ich würde sagen, das war schon mit dem Video. Lass gerne mal eine Bewertung da abonnieren und drücken, wenn und nie wieder was zu verpassen. Und ich würde sagen, dass ich das Video, das ich anstelle, mal beende. Quater Katsuki könnte ich auch gerne eingeben und dann würde ich sagen, was ist mit den Gesungenkürzeln. Info Video! Ciao!